Wir schreiben einen Song Teil 4 und heute geht es darum, wie ich eine Riesenmenge Gitarren aufgenommen habe. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und heute geht es darum, bei Wir schreiben einen Song, dass wir die Gitarren hinzufügen zu unserem Song. Nachdem wir in den letzten Wochen ja schon einiges aufgenommen haben, eine Pilotspur, ein echtes Schlagzeug und den Bass, falls du das verpasst haben solltest, kannst du mal hier oben klicken, da auf den Link, der gerade aufgeht. Da ist alles verlinkt, da findest du die anderen Videos. Also nachdem wir das Fundament gelegt haben, geht es jetzt darum, aus unserem Song einen echten Song zu machen. Also einen echten Song mit echten Gitarren. Denn wir haben einen Rock-Song hier als Basis, zumindest habe ich mir überlegt, dass es ein Rock-Song ist und das soll es dann ja auch werden und dafür brauchen wir natürlich auch echte Gitarren. Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht mit einer Gitarre auskomme bei einem Song, das heißt, es sind ein paar mehr geworden und der ganze Prozess, der Aufnahmeprozess hat tatsächlich am Ende des Tages fast fünf Stunden in Anspruch genommen. Das liegt sicherlich zum einen daran, dass ich dazu neige, Spuren von vorne bis hinten durchzuspielen und zwar jedes Mal, weil ich einfach den Wunsch habe, den perfekten Track hinzunageln. Auf der anderen Seite aber auch denke, wenn man Songs von vorne bis hinten spielt, dann kriegt man ein Gefühl dafür und das hört man dann auch im Song. Auf der anderen Seite musste ich mir natürlich auch einfallen lassen, was ich spiele. Das heißt, es ging ja auch darum, den Song jetzt, nachdem die Akkorde ja stehen und so weiter, auch arrangementtechnisch ein bisschen zu überdenken und zu überlegen, welche Gitarren ich wie wohin spiele. Das heißt, der Prozess hat insgesamt vier, fünf Stunden gedauert. Den habe ich komplett aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, hey, das zeige ich euch mal und ich nehme dich einfach mal mit an die Hand. Du kannst reinschauen und dir das Ganze mal zu Gemüte führen, wie der Prozess von vorne bis hinten abgelaufen ist. Ja, vier bis fünf Stunden Video habe ich dann doch überlegt, ob das vielleicht ein bisschen viel sein könnte. Und ja, es ist ein bisschen viel. Am Ende des Tages wurde mir die Entscheidung, ob ich das online stellen soll, dann auch noch abgenommen, denn mein Videoschnittprogramm hat einfach nur sehr ruckelig aufgenommen und es war wirklich keine Freude, dazu zu schauen. Deswegen werde ich dir den Prozess jetzt gleich einfach mal erklären. Es gab zwei Entscheidungszufällen. Einmal, welcher Sound und zweitens, welche Gitarre. Da ich mehrere Gitarren aufgenommen habe, habe ich mich auch für mehrere Gitarren entschieden. Bei dem Sound habe ich lange überlegt, ob ich das mit meinen echten Amps hier aufnehmen soll und habe mich am Ende des Tages dann doch dagegen entschieden und mich aber auch gegen einen Software-Amp entschieden, sondern für meinen, naja, für meinen Hybrid, nenne ich ihn mal, für meinen Profiling-Amp, den Camper, entschieden. Der Camper ist so eine Art virtueller Amp, aber als Hardware, als echtes Gerät zum Mitnehmen und der bildet Unmengen an Verstärkern ab. Die kann man auch über eine Software abrufen hier. Man kann sich also wie bei so einer Preset-Schleuder, wie bei einem Synthesizer, einfach durch die verschiedenen Sounds durchklicken. Und das hat den Riesenvorteil, dass der kreative Prozess, also den ich da gemacht habe, ich habe ja gleichzeitig aufgenommen und geschrieben, dass der nicht blockiert wird durch eine langsame Suche nach Sounds oder durch Mikrofon positionieren, welcher Amp, welcher Sound und so weiter und so fort. Mal davon ab, dass es den Vorteil hat, dass der Camper wirklich auch sehr leise ist. Ich kann also auch nachts damit aufnehmen. Wie gesagt, vier bis fünf Stunden habe ich aufgenommen, habe mit dem Camper mir einige Sounds ausgesucht. Wenn ich da immer hingucke, dann bedeutet das nur, dass der Camper da steht. Und dann ging es darum, welche Gitarren ich nehme, welche das genau gewesen sind. Das erkläre ich dir jetzt gleich mal. Ich habe angefangen, ja, erstmal die Pilotspur nochmal richtig einzuspielen. Und das war, glaube ich, auch irgendwie der längste Prozess, denn ich wollte es richtig machen. Und wie gesagt, ich spiele von vorne bis hinten durch. Das heißt, ich habe wirklich ganz, ganz viele Versuche gebraucht, um wirklich vernünftige Spuren einzuspielen und die wirklich mit der richtigen Power, mit dem richtigen Feeling einzuspielen. Eingespielt habe ich die genau wie die Pilotspur mit meiner Tele. Und wenn ich aufnehme, dann fange ich als erstes mal an. Ich fange an mit richtig Stimmen. Nachdem ich dann gestimmt habe, habe ich die Pilotspur erstmal richtig eingespielt. Und weil mir das gut gelungen ist, habe ich dann gedacht, komm, dann machst du das direkt mal doppelt. Dann hast du das nämlich. Und dadurch habe ich ein richtig schön breites Stereobild gekriegt. Eine fette Rockgitarre, die links und rechts auch mit dem gleichen Sound, mit der gleichen Gitarre eingespielt ist. Das gibt ein richtig breites, schönes Stereobild. Und nachdem ich das gemacht habe, habe ich mir dann erstmal eine andere Gitarre genommen, um mich von der inspirieren lassen, andere Sachen einzuspielen. Bevor ich aber mit der eingespielt habe, habe ich erstmal richtig gestimmt. Wie du vielleicht gesehen hast, handelt es sich bei der Gitarre um eine Stratkopie, um eine Music Man Silhouette. Und diese wurde ja von Leo Fender original konzipiert, also vom Erfinder der Stratocaster. Und die klickt tatsächlich stratiger als jede Strat, die ich sonst in der Hand gehabt habe. Deswegen mag ich sie auch. Ich habe damit einige Einwürfe gespielt, habe mir also einen Sound im Camper gesucht, habe die Gitarre gestimmt und habe dann einige Einwürfe eingespielt. Und die musste ich mir erstmal einfallen lassen. Das heißt, auch der Prozess hat einiges gedauert. Nachdem ich damit fertig war, habe ich erstmal richtig die Gitarre gewechselt. Und zwar auf eine Gretsch Malcolm Young Signature Gitarre. Wundervolles Instrument, mit der hat Malcolm, also nicht mit dieser, aber mit diesem Modell hat Malcolm Young unendliche Touren und Alben von ACDC eingespielt, weil ich ein riesen Fan von Malcolm bin. Ja, ihm geht es ja nicht mehr so gut. Weil ich ein riesen Fan von Malcolm bin, habe ich dieses schöne Signature Modell. Und damit kann man voll rockig spielen. Ich habe damit dann also erstmal nochmal ein paar Songs Spuren reingespielt und dann das Ganze dann richtig nochmal ergänzt um eine weitere Gitarre. Eine Gretsch Baritongitarre, ein unfassbar langes, dickes Instrument. Die Besonderheit von einer Baritongitarre ist, dass sie fünf Halbtöne tiefer gestimmt ist als eine normale Gitarre. Das heißt, sie ist anders zu spielen. Sie hat dickere Seiten, eine längere Mensur und damit auch insgesamt einen fetteren Sound. Und genau diese Farbe wollte ich dann noch haben. Und habe damit noch ein paar Ad-Libs, wie man im Rap so mal sagt. Also ein paar Einwürfe noch gespielt und noch ein paar Sachen, die einfach an einigen Stellen noch ein bisschen fetter auftragen sollten. Was ich genau aufgenommen habe, kannst du dir persönlich anhören. Du kannst dir auf meiner Homepage, kannst du dir die Spuren runterladen. Unter recordingblog.com findest du alle Spuren, die ich aufgenommen habe. Kannst du in deine eigene DAW reinladen und mal reinhören, was ich da alles gemacht habe. Also alle Schlagzeug, Bass und natürlich auch die Gitarrenspuren. Und falls du Studio One Besitzer sein solltest, kannst du dir sogar die komplette Session darunterladen. Also unter recordingblog.com guck einfach in den Artikel rein, lad dir die Spuren runter und spiel damit rum. Und vielleicht hast du ja noch eine Inspiration, dass dir vielleicht auch noch eine coole Gitarrenspur einfällt oder irgendwas anderes, was du mir dann vielleicht zuschicken könntest. Wenn du eine Idee hast, schick sie mir einfach an jonas.recording-blog.com. Einfach ein MP3 zuschicken. Und vielleicht ist ja eine coole Spur bei, die wir noch in den Song einbauen können. Wer weiß, vielleicht bist du dann auch schon bald in dem Song dabei. So, was ich jetzt genau aufgenommen habe, das schauen wir uns jetzt noch mal in der Session an. Ich hoffe, bis hierhin war es nicht zu langweilig. Wenn es dir gefallen haben sollte, dann würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigt. Über einen Daumen nach oben, die übliche Ansprache. Und wenn es dir nicht gefallen hat, zeig es mir einfach über zweimal. Klick auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Wir gehen jetzt aber in die Session und gucken mal, was ich genau gemacht habe. Also los geht's. So, dann sind wir schon in der Session. Und wie du hier sehen kannst, habe ich schon mal die zwölf Spuren, die ich aufgenommen habe, auch markiert. Ich bin ursprünglich mit acht Spuren gestartet, weil ich gedacht habe, acht Spuren sollte eigentlich reichen. Aber wie das so ist, wenn man einmal beim Aufnehmen ist und wenn die Ideen sprießen, dann soll man sich nicht aufhalten lassen. Vor allem in modernen Zeiten, wo man ja Spuren genug zur Verfügung hat. Wie gesagt, zwölf Spuren sind es am Ende des Tages geworden. Vier Gitarren, zwölf Spuren und eine ganze Menge verschiedener Sounds. Und die ganzen Spuren habe ich dann einmal hier auf den Bus geroutet, auf der rechten Seite. Da gibt es den Gitarrenbus, der wiederum läuft auf den Mucke-Komplett-Bus. Falls du meine Bus-Strategie nicht kennst, kann ich dir hier mal ein Video verraten. Verraten kann ich dir mal hier ein Video verlinken, wo du das mal sehen kannst, wie ich so meine Mixe strukturiere. Und wie gesagt, dieser Mucke-Komplett-Bus, der läuft dann eigentlich auf den Hauptbus auf der rechten Seite. Das nur am Rande. Wie gesagt, alle Gitarren laufen auf dem Gitarrenbus zusammen. Und wir schauen jetzt einfach mal rein, was ich aufgenommen habe. Wie gesagt, als erstes habe ich die Pilotspur nochmal aufgenommen und speziell gedoppelt. Und dabei rausgekommen ist folgendes. Wie ich finde, eine recht gelungene Aufnahme. Der Camper hat alles gegeben. Ich habe auch alles gegeben. Und nachdem ich gut warm gespielt war, war ich dann auch zufrieden mit dem Ergebnis. Aber es ist schon ein Ding, wenn man so die Basis legt für einen Song, dass man dann auch wirklich... Weil das sind die beiden wichtigsten Spuren zusammen mit dem Bass und dem Schlagzeug. Weil das ist wirklich das, was den Song zusammenhält. Das, was von vorne bis hinten durchgeht. Und da muss es dann schon wirklich stimmen. Da habe ich mir wirklich viel Mühe gegeben. Das hat wirklich lange gedauert. Ich habe Unmengen an Spuren weggeschmissen. Aber wem erzähle ich das? Das kennst du sicherlich auch. Also, wie gesagt, das ist übrig geblieben. Und habe dann, nachdem ich die Gitarre gewechselt habe auf die Silhouette, mich darauf konzentriert, hier ein paar Einwürfe... Jetzt habe ich hier was Falsches markiert. Jetzt habe ich hier... Blöde Tastenkombination. Nicht Solo, safe. Geht das weg? So. Jetzt geht's weg. So. Ich habe ein paar Einwürfe aufgenommen mit der Silhouette. Und zwar einmal hier diesen und diesen hier. Da sind dann diese hier geworden. Und die Silhouette klingt nun mal als sehr strattig. Ich habe dann auch einen sehr cleanen Sound genommen. Einen, ich glaube, einen Vibrochamp von Fender. Und das klingt dann so. Und man kann es schon sehen und man kann es auch hören, dass ich hier wirklich nur Einwürfe gemacht habe, die unterstützen sollen. Das heißt, ich versuche, die Dynamik da ein bisschen zu stützen an dieser Stelle, aber nicht zu viel zu spielen, damit das ganze Ding nicht von vorne bis hinten durchrappelt. Ich habe natürlich viel zu viel aufgenommen. Das ist völlig klar. Wie du hier sehen kannst, ist hier Unmengen an Zeugs. Aber das werde ich am Ende des Tages nicht alles benutzen. Ich habe es nur einfach aufgenommen, um es schon mal zu haben, falls ich es dann später gebrauchen kann oder nicht. Das werde ich dann im Arrangement später noch herausfinden und im Mix. Aber ich habe es schon mal aufgenommen. Aber bei einigen Sachen weiß ich von vornherein, dass das nur unterstützend sein soll. Und dementsprechend habe ich dann die Silhouette so aufgenommen. Hier am Anfang unterstützt an verschiedenen Stellen, wie du hier sehen kannst, wo die Wellenformen sind. Und im letzten Refrain siehst du, dass ich dann hier noch ein bisschen mehr unterstützt habe. Und am Schluss geht dann die Wellenform volle Pulle durch. Da habe ich dann durchgeknetet, um im letzten Refrain dann wirklich auch nochmal alles zu geben. Da spielen dann aber auch wirklich alle Instrumente volle Pulle durch. Soviel zur Silhouette, also zur Stratt. Mit der habe ich dann noch einen lustigen kleinen Glitter hier in diese Ruhephase reingespielt. Dieses hier. Können wir ein bisschen lauter machen. Das sollte einfach diese ruhige Phase ein kleines bisschen auflockern, damit es nicht zu leer ist an der Stelle. Und dann habe ich die Gitarre gewechselt. Habe ich ja gerade schon gesagt. Wie gesagt, Stimmen nie vergessen. Und habe mit der Gretsch, mit der Malcolm Young, die ja eine klassische Rockgitarre ist, erstmal nochmal eine Basis in die Mitte gelegt. Denn bisher hatte ich ja nur links außen und rechts außen aufgenommen. Das heißt, der Mix bestand im Prinzip aus zwei Stereogitarren. Und um das zwischendurch ein bisschen stützen zu können und das Soundbild jetzt nicht nur einfach nur Stereo zu halten, habe ich noch eine Stützgitarre eingespielt. Diesmal mit einer anderen Gitarre, damit das auch nochmal ein bisschen fetter klingt. Mit der Gretsch und habe dann im Prinzip nochmal die Pilotspur komplett gedoppelt. Das klingt dann mit diesem Sound so. Und nachdem die Stütze eingespielt war, habe ich dann die Lage gewechselt. Ich mache das ganz oft, dass ich dann die Lage wechsle. Ich doppel dann zwar, aber ich möchte noch eine weitere Farbe hinzufügen. Möchte den Sound noch heller oder größer, breiter, fetter machen und so weiter. Und wechsle dann einfach nochmal die Lage. Das ist ja das Schöne an der Gitarre. Man kann den Akkord ja nicht nur an der einen Stelle, was weiß ich, im fünften Bund spielen. Es gibt auch verschiedene Stellen, wo man die Akkorde nochmal spielen kann. Das geht beim Klavier ja auch. Du wechselst dann einfach eine andere Oktave und dann hast du auch einen anderen Song. Oder du stellst die Reihenfolge deiner Töne um von deinem Akkord. Dann kriegst du auch eine andere Lage. Das geht hier bei der Gitarre auch und das habe ich dann halt entsprechend auch gemacht. Und die Gretsch dann nochmal in einer hohen Lage eingespielt. Deswegen heißt das hier auch Gretsch High links und rechts. Das habe ich dann wieder klassisch gedoppelt. Ich mag ja links und rechts außen. Und das klingt so. Klingt alleine ein bisschen dünn, aber zusammen mit den Teles zum Beispiel, wenn ich die dazugebe. Ob die dann am Ende des Tages die ganze Zeit zusammen durchspielen, weiß ich noch nicht. Habe ich ja gerade schon gesagt, aber ich habe es zumindest schon mal. So, dann noch ein paar Einwürfe gemacht mit der Gretsch, die zwischendurch auch unterstützen sollten. Und dann habe ich die Gitarre gewechselt und bin dann auf die Baritongitarre, auf diese etwas tiefere Klangfarbe gewechselt und habe mit der ein paar auch Einwürfe gemacht. Unter anderem dieses hier. Auch ein rockiger Sound, aber klingt schon insgesamt ein kleines bisschen fetter und sollte dann aber auch nur an einigen Stellen Highlights setzen. Wie man hier sehen kann, sind auch da an der Wellenform zu sehen, dass ich nur partiell gespielt habe und das Ganze nur ein bisschen unterstützt habe, um es ein bisschen fetter zu machen. Da haben wir dann Möglichkeiten im Mix dann später auch nochmal das genau zu nutzen. Ob das dann auch von vorne bis hinten durchspielt, weiß ich noch nicht. Am Schluss dann mit der Baritongitarre nochmal ein paar verschiedene Highlights hier gesetzt und zwar einmal meine Lieblingsstelle. Die muss ich dir unbedingt zeigen. Ich habe sie hier schon markiert. Zoomen wir mal rein. Hier ist nämlich ein Lauf gewesen, der mir eingefallen ist beim Spielen. Das sind so Sachen, die dann passieren. Wenn ich von vorne bis hinten durchspiele, dann passiert auch mal, dass ich an irgendeiner Stelle einen Lauf spiele und in dem Fall liebe ich mich dann. Und dann bleibt er dann auch drin. Das war dann dieser Lauf hier. Ich liebe es. Der hat richtig Spaß gemacht. Den habe ich in den anderen Spuren auch gemacht. Das heißt, wenn ich das hier mal komplett abspiele im kompletten Playback. Was heißt Playback? Im kompletten Rough Mix. Also mit den Teles eingespielt, mit den hohen Gitarren eingespielt und dann mit der Baritongitarre nochmal unten runter auch nochmal gedoppelt. Das heißt, an der Stelle können wir im Mix dann auch nochmal richtig rausarbeiten, dass da dieser geile Lauf ist. Ich hoffe, ich lasse überhaupt noch Platz für den Gesang. Das soll ja kein Instrumental werden. Obwohl, warum eigentlich nicht? Nein, nein, nein. Wir werden noch eine ganze Menge Chöre aufnehmen und wir werden noch Hauptgesang aufnehmen. Da muss ich noch einen Text für schreiben. Falls du einen Text rumfliegen lässt zu Hause, schicke ihn mir gerne zu an jonas.recording-blog.com, weil dann brauche ich keinen selber schreiben. Oder vielleicht finde ich zumindest eine super Idee da drin, die ich dann nutzen kann für den Song. Also, beteilige ich auf jeden Fall am Song-Schreibe-Prozess. Die Spuren kannst du dir, wie gesagt, runterladen auf meiner Homepage unter recordingblog.com und wir sehen uns dann nächste Woche. Was ich da genau mache, da lass dich mal genau überraschen. Ich lasse das auch und wir sehen uns dann nächste Woche zum weiteren Video hier. Wir schreiben einen Song. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und jas. Möchte- im egal. Ich-Pane. Hu calcium. Ich-Pan. Ich-Pane. Ich-Pane. zwei. Ich-Pane.